Natürlich kann man ein Rentensystem nicht nur von der Umlage her denken, das wäre veraltet. Fast alle Länder auf der Welt haben ein Mehrsäulen-Rentensystem, das eben neben einer umlagefinanzierten Komponente auch kapitalgedeckte Komponenten enthält. Übrigens hat Deutschland eins der Systeme mit der höchsten Umlagerente. Und so geht es auch in der 2040-60-Rente. Zwar fokussiert sich die Reform vor allem auf die Umlagerente, um diese wieder zukunftsfähig zu machen und den generativen Beitrag zu berücksichtigen. Aber die zweite und die dritte Säule sind genauso wichtig. Und zwar ist die zweite Säule eine neu gestaltete, optionale Zusatzvorsorgung. Das lehnt sich ein bisschen an an dem Ostbegriff. Freiwillige Zusatzvorsorgung ist aber nicht ganz das Gleiche. Aber es ist ja vielen Ostdeutschen positiv in Erinnerung. Warum? Weil es ein außerordentlich effektives System war. Und so ein ähnliches System zu verstärken, ist das Ziel dieser Reform. Wir haben ja aktuell als zweite Säule die betriebliche Altersvorsorge. Und die ist schön und gut, wenn man an der betrieblichen Altersvorsorge teilnehmen darf. Aber es gibt ganz ganz viele Betriebe, die gar keine betriebliche Altersvorsorge anbieten. Dann gibt es ein paar sehr sehr teure Versicherungsmodelle von irgendwelchen Sparkassen und Banken. Aber das lohnt sich alles nicht wirklich. Und deswegen sagen ganz ganz viele Arbeitnehmer, lass mich mit der betrieblichen Altersvorsorge in Ruhe. Ich will das nicht. Und das soll sich ändern. Wir führen ein allgemeines System der optionalen Zusatzversorgung ein, in das der Arbeitnehmer 2,5% und der Arbeitgeber 2,5% des Lohns einzahlen. Der Selbstständigen zahlt er selbst 5% ein. Und das geht erstmal standardmäßig entweder in die betriebliche Altersvorsorgeeinrichtung des Unternehmens, die übrigens auch übertragbar gemacht werden muss. Also Ende mit solchen Modellen, wie dass man, wenn man weniger als fünf Jahre in einem Betrieb gearbeitet hat, dann seine Ansprüche verliert. Ja, also das wird auch abgeschafft. Also das geht entweder in die betriebliche Altersvorsorge, die ja sowieso schon existiert, dass der Arbeitgeber einen Vertrag mit einem Versicherungsunternehmen hat. Alles gut. Oder es geht, wenn er keinen hat, in die optionale Zusatzversorgungseinrichtung bei der Deutschen Rentenversicherung. Das ist so eine Art Standardrente. Kapitalgedeckt, also nicht umlagefinanziert, sondern das wird auf dem Kapitalmarkt weitgehend sicher angelegt. Die Renditen sind natürlich dann auch entsprechend niedrig. Aber wer das dort nicht haben will, der kann auch sagen, okay, ich mache einen Riesersparplan. Oder ich mache einen Fonds. Oder ich kaufe mir eine Altersimmobilie, weise das nach gegenüber meinem Arbeitgeber. Und die 2,5% des Arbeitnehmers und die 2,5% des Arbeitgebers gehen eben in den Fonds, in die Immobilie, in den Riesersparplan. Das bedeutet, wir heben sämtliche Förderungen für Rieser und Rürup, die eine Vorsorgeform bevorzugen, auf. Wir geben das völlig frei. Die Anlageentscheidung soll beim Arbeitnehmer liegen. Jeder soll individuell für sein Alter vorsorgen können. Aber indem wir die optionale Zusatzversorgung erstmal als Standardmodell machen und das Opt-out-Modell, muss ja jeder drüber nachdenken. Also wer halt gar nichts tut, der bleibt in der optionalen Zusatzversorgung und hat damit immerhin einen Rentenanteil im Alter, der übrigens sicherer ist als die Umlagerente. Das gehört zur Wahrheit dazu. Das bedeutet, diese optionale Zusatzversorgung ist ziemlich robust und kann bis zu einem Viertel der Rente problemlos abdecken. Das ist eine Menge Geld. Das bedeutet, wenn jemand gar nichts tut, bleibt er da drin. Oder er kann sagen, ich gehe in ein anderes Modell, überträgt dann seinen Arbeitgeberanteil, seine 2,5%, der das auch mitträgt. Oder er sagt, nee, optionale Zusatzversorgung interessiert mich gar nicht, wie zum Beispiel Familien mit mehr als einem Kind, die brauchen die eigentlich gar nicht mehr, weil sie ja durch die Umlagerente sehr, sehr gut abgesichert sind. Die können auch sagen, ich steige aus dem Konzept völlig aus und dann behält zwar der Arbeitgeber seine 2,5%, aber der Arbeitnehmer seine 2,5% eben auch. Das bedeutet, man verliert 2,5% sozusagen im Monat, aber wer das will, kann das machen. Individuelle Entscheidung, das ist die Grundlage einer freiheitlichen Politik und das wollen wir auch in die Rente bringen. Das bedeutet, wir sorgen zwar für einen großen Verbreitungsgrad der optionalen Zusatzvorsorge, der kapitalgedeckten Altersvorsorge, aber es ist eben weiterhin eine optionale Vorsorge, in die man zahlen kann und die sehr, sehr viele Menschen im Alter zusätzlich absichern wird. Eine wesentliche zweite Säule zusätzlich zur umlagefinanzierten und mit Kinderfaktor versehenen generationengerechten 2040-60-Rente.